Das sind die Waffen eines Gladiators von heute, von jemandem, der den härtesten Sport ausübt. Motocross. Also, ich kann nur sagen, die Sicherheitsexperten wissen alles besser. Ich fahr schon seit fünf Jahren Rennen und hab noch nie einen schlimmen Sturz gehabt. Alles, was ich brauche, ist mein zuverlässiger Helm. Die Falle! Also, mein Kumpel Kelly wollte schon immer, dass ein Bild mal auf einer Lebensmittelpackung erscheint, wissen Sie? Und jetzt weiß er, was das für ein Gefühl ist. Dann versucht du es doch auch kaum weg, hä? Kommt schon, kommt schon. Bewegt eure Hintern und holt die Räder raus, bevor sie ohne euch anfangen. Hintern, darf man das hier sagen? Was ist das für ein Gefühl, so eine große Schwester zu haben, die sich beim Rennen um alles kümmert, Kelly? Hey, haben Sie schon mal Sabrinas Thunfischsalat gegessen? Es war eine Frage der nationalen Sicherheit, bis ich sie aus der Küche raus hatte. Hey, Sie sollten Ihre schlechten Essgewohnheiten sehen. Ihre Mägen landen eines Tages noch im Labor. Kelly, es gab eine Menge Kritik, Sie seien in letzter Zeit ziemlich hart gefahren. Hey, Sie nennen das Hartfahren? Ich nenne das die Vorteile nutzen. Ich nutze die Chancen. Wie soll ich sonst gewinnen gegen solche harten Jungs? Die sind gut. Die Besten. Wirklich die Besten. Oh, ja, ja. Aber das Schicksal schlug an diesem Nachmittag zu, als die Fahrer den Widows Mountain hochfuhren. Den letzten Abschnitt der Oakside-Rennstrecke. Wow. Ich bin heilfroh, dass ich durch Kids Ausstattung einigermaßen sicher bin. Einige der Fahrer landeten schwer verletzt im Krankenhaus, Michael. Und der junge Danny Duval wurde getötet. Getötet? Ich hab ihn an Rennen fahren sehen. Er war ein toller Fahrer. Weil die Foundation in diesem Jahr das Cross-Rennen sponsert, waren wir besorgt, als dieser Brief ankam. Hier steht, Danny wurde umgebracht. Ermordet. Wieso? Wer schrieb das? Ich weiß es nicht. Und es ist auch nicht rauszukriegen. Wenn's doch nur den geringsten Hinweis gibt, dass der Unfall beabsichtigt war, dann bedeutet das Arbeit für uns. Er meint für dich. Besonders, weil die Vermutung nahe liegt, dass der Killer wieder zuschlägt. Ich habe Kid programmiert mit den Einzelheiten des Rennens und der Teilnehmer. Du kannst dir alles in Ruhe auf dem Weg nach Oakside ansehen. Ich weiß, die Einnahmen sind für wohltätige Zwecke. Aber was hat die Foundation eigentlich mit einem so harten Sport wie Motocross zu tun? Du wirst es wahrscheinlich nicht glauben, aber Davin ist zufällig ein echter Fan davon. Du hast recht. Ich glaub's nicht. Hör zu, Michael, ich erklär's dir. Davin machte sich bei der englischen Tourist Trophy einen gewissen Namen. Davin? Davin. Bitte entschuldigen Sie, aber es fällt schwer, mir Sie auf einer Rennmaschine vorzustellen. Mit Dreck im Gesicht. Ich blicke mit Stolz und Genugtuung auf viele mörderische Rennen in meiner Jugendzeit zurück. Es war eine wunderbare Zeit. Einige Fahrer vom letzten Juni sind auch dieses Jahr wieder dabei. Sie müssen herausfinden, ob unter den Fahrern ein Mörder ist, Michael. Und wenn es so ist, dafür sorgen, dass er nicht wieder zuschlägt. Michael, nach all den Informationen, die April mir über Motorradrennen eingegeben hat, muss ich sagen, ich bin total verwirrt. Was hast du für ein Problem, Kumpel? Warum hat man so viel Zeit und Geld für ein Transportmittel verschwendet, das sich seit der Jahrhundertwende kaum weiterentwickelt hat? Kit, ich kann mir vorstellen, dass die Leute einfach die frische Luft genießen. Eher wohl Staub und Dreck. Wenn Sie frische Luft wollen, können Sie das Fenster aufmachen, ohne dass Sie die halbe Autobahn ins Gesicht kriegen. Das klingt ja fast so, als wärst du neidisch, Kumpel. Neid? Auf diese hochgezüchteten Besenstiele auf Rädern? Vergessen Sie es. throne Dedet! Sie früh geteilt werden. Ge喜 narrow. Bist du ventelst? Keinberg? Neid? Nee! Beinver Collaborator! Zeig mir doch mal den Kurs, Kit. Da könnte es sehr viele Unfälle geben. Der Kurs ist auf Rennen nicht zugeschnitten. Überall Schutz, Schlaglöcher, große klaffende Spalten und zahlreiche Matschlöcher. Hört sich wirklich nach einer hübschen Beschreibung an. Sie meinen, dass das so gedacht ist? Ja, Kit, das ist wie ein Härtetest. Sie schmeißen alles, bis auf den Küchendreck, auf die Fahrer und sehen dann, wer durchkommt. Das ist anscheinend genau das, was diese überzüchteten Zweiräder brauchen. Oh, denkst du, du schaffst den Kurs, hm? Ich glaube, eine Antwort auf diese Frage erübrigt sich. Gleich da vorne steht einer mit dem Namen Fontaine auf seiner Jacke. Gib mir, was du über ihn hast. Ein Wade Fontaine war auch in diesen Unfall verwickelt. Wer könnte mehr über diesen Zusammenstoß wissen als jemand, der dabei war? Wake? Hi, ich bin Michael Knight. Ja, schön für Sie. Ja, ich bin einer der Sponsoren des Motorradrindens und bin für die Sicherheit verantwortlich. Ach ja? Ich habe da einige Fragen wegen des Unfalls letzten Juni. Letzten Juni? Eine alte Geschichte, Mann. Für Sie vielleicht, aber ich höre immer noch gern was Neues. Sag ihm doch, wie der Unfall passiert ist, Fontaine. Sie nennen ihn den Trixer. Und warum? Weil er alle dreckigen Tricks, die es gibt, gelernt hat. Und im Rennen wendet er sie an. K.S.R.S. Geh deine Kleinen stillen. Er hat was drauf mit Worten. Oder, Kinder? War ein Vergnügen, mit Ihnen zu reden. Beide Fahrer sind bei dem Unfall verletzt worden, Michael. Und ich weiß auch, warum. Sie kämpfen immer noch. Kit, ich habe das Gefühl, als ob noch einiges auf uns zukommt. Hallo, hier ist Roger Floyd. Und Alina Webster. Die Sie herzlich einladen zu Ihrer Wochenend-Talkshow Talkabout. Und wir werden mal hinter die Kulissen des Oakland-Wohltätigkeitsrennens sehen. Wir werden schnelle Maschinen sehen. Und wirklich schnelle Rückseiten. Bei der heutigen Wohltätigkeitsveranstaltung geht es um 100.000 Dollar für den Gewinner. Es wird ein Wahnsinnsrennen werden über diesen unglaublich schweren Kurs. Kein Langstreckenrennen, kein Motocross. Das ist richtig, Roger. Sie könnten es auch nennen, ein Quasimodo-Cross. Ich, äh, ich, äh, hat schon so eine Ahnung, dass du sowas sagst. Wir sind gleich wieder drauf. Ich meine, auf Sendung. Was, was, was ist das für eine Quasimodo-Geschichte? Wir sollten doch beim Originaltext bleiben. Es war nur eine lustige Improvisation. Du ärgerst dich nur, weil es dir nicht eingefallen ist, Roger. Also, ich bin bekannt für meinen Humor, Darlina. Dann verstehe ich nicht, wieso du nicht einen guten Satz akzeptierst, wenn du ihn hörst. Ich gebe auf. Ich gebe auf. Roger, warte. Wer soll jetzt die Werbung ansagen? Ich kritisiere nicht Ihre Sendung, also lassen Sie bitte mein Chassis in Ruhe. Es ist schon sehr wichtig, Reklame zu machen. Das bringt eine Menge Geld ein. Also, Ihre Poster grinsen von mehr Wänden als der Präsident, hm? Ich mache mit Postern kein Geld mehr. Jetzt sind es T-Shirts, hier. Ich verkaufte fast so viel VT letztes Jahr. Ich war Zweiter, nur um 10.000. Klasse. Und der kann nicht mal Fahrrad fahren. Den Fans macht das nichts aus. Hören Sie, Lee, was hat den Unfall letztes Jahr verursacht? Nicht was, sondern wer. Wade? Nein. Ein Clown namens Kelly Travis, der damals viel zu schnell den Berg auffuhr. Eins ärgert mich. Dass diese Showtypen das ganz große Geld einstecken. Sogar Computerspiele werden nach ihnen benannt. Da steckt massenhaft Geld drin. Und darum sage ich, Reklame ist... ...ist einfach alles. Ja, aber Kelly und Danny Duvall waren angeblich die besten Freunde. Hey, wenn man in Rennen so fährt wie Kelly, dann ist einfach alles drin. Aber im Vertrauen. Hartfahren und so schmeißt einen Raum. Hier kommt Knight Rider. Ein Auto.